ARD Text im Auftrag von Funk Tschüss. Die Arme. Fuck. Direkt gefailed. Ja, neuer. Oh fuck. Aber jetzt nicht immer alles von vorne oder so? Und doch. Oh, verdammt. Ah, zack. Ah. 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 Stimmt auch. Ah. 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 Ich komme nicht an den ran. So. Äh. Was soll denn das? ach wie bescheuert so mädel ich hab dich gleich da sieht das so geil aus so hab dich weil es so schön war direkt noch mal das hoffe ich nett dass ich fehle und wie viel kommen dann da noch runter so bummer Hammer. Da geht man doch kaputt vorlachen. Boah. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich das Mikrofon gemutet hatte. Ich hoffe es ist natürlich nett, aber es kann natürlich passieren. Und, ja, jetzt geht es wieder runter. Fick dich und stirb. So, zack. Und ich denke, bei diesem Spiel kann ich das wirklich sagen. Weil Gewalt und Explosion und Beleidigung ist hier nichts seltenes. Also, ich fasse mich dann nur dem Spiel an. Es ist so verrückt. Dieses Spiel ist einfach nur verrückt. Hab dich. Hm, stimmt. Ach du Scheiße. So behindert, aber egal. Gentlemen. Negotiations were less than successful. Jella and Tiki will spread the word. Stealport belongs to the Syndicate. And the Saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your luchadores and bring me their leader's hat. Mr. Miller, gather your luchadores and leave them nothing. Verdammt. Es haben wir gar nichts. Und da wollten wir eben eine Million abheben. Aber, wir haben ja nichts mehr. Nenn mal einen Cent. Und jetzt sind wir glaube ich in Stillwater oder so. Ne, Stillwater waren wir sonst immer. Aber jetzt sind wir in... Keine Ahnung. The buddy of Mr. Gat will be a message for all who oppose the Syndicate. There is no mercy. Only death. Cool. Don't mourn your finder. You'll be joining him soon. Loren's gonna pay for this. Scrub a ride and figure out where we are. Steelport. It's kinda like Bangkok's abusive father. Okay, wir sind in Steelport. Is this where a field boss comes from? What the hell is it? You don't wanna know. Fine, be like that. So... Handycarte. Handycarte. Und jetzt sollen wir da hin. Und GPS. Okay. Genial. Einfach nur geil. Ich glaube, wenn ich die abknall, kriege ich sogar Geld. Oder kriege ich kein Geld? Oder kriege ich kein Geld? Oder kriege ich kein Geld? Äh, was wollten ihr? So, jetzt aber erstmal da rein. E. Und... Was kaufen wir denn? Ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten. So, jetzt haben wir aber eine schöne Artikel. Ja. Wie ist die Armourie? Nicht weit. Es ist auf dem GPS. Ja. 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 Geil. Wie spitze ist das denn, ey? Geil. Ja. 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 Wagen. Die sind nämlich sehr geil. Und mir fehlt irgendwie der Sound. Also irgendwie ist da was faul. Da gucke ich jetzt auch mal warum da irgendwie kein Sound ist. Oder ist das zu leise? Nee. Eigenartig. Sehr eigenartig. Und zwar. Okay fair, aber es ist eine wirklich gute Frage. Also sollen wir jetzt da rein oder was? Erstmal aufsteigen. Und da ist eine Wand offen. Und hier einsteigen. Das ist das geilste doch überhaupt. So jetzt erstmal irgendwie umdrehen. Boah, Gott, ne. Ja, hier drumherum. Gehen die auch kaputt. Anstreiten nicht. Gut. Dann fahr ich mal da hin. Mach alle kaputt. Gut. Was war das denn? Und da gehen wir gleich mal da rauf. Und was jetzt? Ah, okay. Jetzt, jetzt geht's. Und das sieht irgendwie doof aus. Und da schauen wir mal. Ja, ich will ja. Ich weiß, wie eine UAV-drone-control. Und das? Ja, ist das wirklich die Zeit? Hey, du bist das, der sagt es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017